Ferdinand Hodler 1853 bis 1918 In Bern geboren, verbrachte Ferdinand Hodler den Großteil seines Lebens in Genf. Bis 1890 waren seine Gemälde überwiegend realistisch, da er von Corot und den französischen Realisten inspiriert war. Er wandte sich anschließend dem Symbolismus und dem Jugendstil zu, was dazu führte, dass er seinen charakteristischen Stil entwickelte, in welchem die Linie oftmals das Element ist, das den Ausdruck des Bildes festlegt.